10.000 Fotos und jetzt. Ich zeige Ihnen, wie Sie auch ohne Kabelverbindung Ihre Bilder von Ihrem Handy auf den PC bringen. Das interessiert vermutlich vor allem Apple Nutzer. Mein Name ist Piermin Lehnherr. Ich nutze leider keine Apple Geräte und kann deshalb das hier nur theoretisch kurz erklären. Wer ein Apple Gerät hat, hat zusätzlich auch eine Apple Cloud, also eine Speicher, eine Datenwolke und man kann irgendwo einstellen, man möchte seine Bilder, die man mit der Kamera auf dem Handy schiesst, automatisch mit der Wolke synchronisieren. Auf dem PC haben Sie auch Zugriff auf diese Wolke und können dort die Bilder wieder herunterholen. Eine andere Möglichkeit ist, die Dropbox-Wolke zu verwenden, die allen zur Verfügung steht. In der Dropbox-Wolke haben Sie gratis 2 GB Speicher. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber um Daten auszutauschen, genügt das. Wie kommen Sie zu dieser Dropbox-Wolke? Gehen Sie ins Internet. Gehen Sie zu www.dropbox.com und hier wählen Sie kostenlos registrieren. Bevor Sie aber draufklicken, tippen Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre Mailadresse ein und erfinden Sie ein gutes Kennwort. Akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen und nachher können Sie sich einloggen und haben sofort Zugriff auf Ihre Daten, die Sie dann allenfalls in die Wolke speichern. Sehr praktisch ist auch, wenn Sie Dropbox herunterladen, man kann das hier oben, App herunterladen, dann ist diese Dropbox auch auf Ihrem PC installiert und dann müssen Sie nicht immer ins Internet gehen, um die Daten zu synchronisieren, sondern können das direkt auf Ihrem PC machen. Ich zeige das nachher. Ich logge mich nun mal ein bei Dropbox, denn ich habe ja bereits ein Konto, also anmelden, die Anmeldedaten eintippen, nachher anmelden. Das sieht dann bei mir jetzt so aus. Eines ist aber bereits hier Kamera Uploads, also damit ist die Kamera auf Ihrem Handy gemeint. Diese Ordner habe ich nachher noch erstellt und wenn ich hier draufklicke, dann erscheinen die Bilder automatisch, die ich auf dem Handy gemacht habe. Das heisst, wenn ich auf dem Handy die Bilder lösche, dann sind sie trotzdem hier noch auf der Cloud bei Dropbox, weil mein Handy das automatisch macht. Wie macht mein Handy das automatisch? Ich habe auf meinem Handy eine Bildergalerie-App, diese hier. Und wenn ich diese jetzt starte, dann habe ich ja die ganze Auswahl und ich sehe alle meine Bilder ebenfalls, die bereits auf meinem Handy sind. Und ich kann hier unten zu den Einstellungen gehen und bei diesen Einstellungen finde ich die Dropbox-Synchronisierung. Das kann man hier einrichten und dann sage ich, mit welcher Dropbox soll mein Bildprogramm auf dem Handy synchronisieren. Natürlich verwende ich dann wieder dieselbe Mailadresse, wie ich vorhin eingetippt habe bei Dropbox und dasselbe Passwort und schon passiert das automatisch. Man kann dann vermutlich noch sagen, wann soll mein Handy diese Bilder synchronisieren, wenn ich zu Hause am WLAN bin oder so. Übrigens, man kann auch eine Dropbox-App auf das Handy laden. Dann haben Sie von Ihrem Handy aus auf alle Daten in der Dropbox vollen Zugriff und können auch so wieder Bilder ansehen, sollten Sie einmal Bilder auf Ihrem Handy gelöscht haben. Ich gehe nun zurück zur Dropbox im Internet. Ich bin nun also zurück bei Dropbox im Internet. Ich kann hier ein Bild ansehen. Ich klicke hier drauf, kann hier unten die Bilder weiterklicken. Dauert ein bisschen, es ist nicht so schnell. Man könnte auch die Größe verändern. Ich gehe hier oben wieder zurück. Man kann auch Bilder löschen oder verschieben. Ich brauche das Bild nicht mal anzuklicken. Hier hinten bei diesen drei Punkten könnte ich ein Bild löschen und so weiter. Aber ich würde das eher nicht hier im Internet verwalten. Das wäre zwar möglich, weil ich ja das Programm bereits installiert habe, geht es viel praktischer auf dem PC. Ich gehe nun beim PC hier auf den Windows Explorer und sehe hier meine Dateien. Hier die Dropbox Privat. Ich habe hier noch eine geschäftliche Dropbox. Ich klicke hier auf Privat und ich sehe da wieder Kamera Uploads. Das war ja genau dasselbe wie vorhin im Internet. Aber hier ist es nun wirklich praktisch, das zu bedienen. Ich mache einen Doppelklick und ich sehe alle Bilder hier auf meinem PC. Die sind wirklich auf meinem PC. Ich kann ein Bild nun ansehen, herumkopieren, löschen, wie ich will. Wenn ich hier ein Bild lösche, dann sind die Bilder auf meinem Nattel davon nicht betroffen. Warum? Das läuft so. Ich mache ein Foto auf meinem Nattel. Im Hintergrund kopiert mein Nattel das Bild klammheimlich in die Wolke, zum Beispiel zu Dropbox. Dort bleibt das Bild auch. Wenn ich das Bild auf meinem Nattel wieder lösche, dann ist das Bild aber immer noch in der Wolke. Und die Wolke, die synchronisiert sich ebenfalls wieder klammheimlich mit meinem PC. Also ist das Bild auf meinem PC und wenn ich sogar mein Nattel verlieren würde, es wären alle Bilder noch da.